Da in Kürze alle Museen schließen müssen, zeige ich euch hier noch ein besonderes Kleinod, das Wiener Uhrenmuseum. Zu sehen sind unter anderem Uhrwerke von alten Turmuhren, astronomischen Uhren und Bilderuhren um fünf Jahrhunderten. Viele davon sind noch funktionstüchtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.